gegrüßt hier auch ich spiele mal wieder eine demo und zwar copycat spielen wir gerade hier zusammen gemeinsam auf twitch und wenn ihr mögt ihr euch auch ja ich schalte mal um alle haben moin moin hallo hallo das ist gerade mein zweiter startanlauf ich habe vergessen eben auf aufnahme zu drücken das habe ich jetzt aber gemacht ja deswegen schalte ich direkt mal um youtube hat man fragt es auch noch zum zweiten mal ja ja so ist das beim schalter um ja gib uns ein bild ja so wir haben alles schon eingestellt das haben wir gerade gemacht und dann gehen wir auf dass ich die aufnahme nicht gestartet habe ist das erste mal dass ich das so mache und ich übe noch spiele sehr hübsch bisschen cartoon mäßig bisschen comic mäßig sehr schön nachdem wir gerade fortsetzen gibt es nicht wir spielen es zum ersten mal ist die demo derzeit ja einige demos auf twitch und da schauen wir ein neues spiel sind sie sicher ja ja was soll ich sonst machen so jetzt und das ganze dürfen wir mit gamepad spielen haben wir uns hier am anfang gesagt das habt ihr auch nicht gesehen hier auf youtube ihr ne die haben mir befohlen dass ich mein gamepad anschließe warum mache ich das jetzt zu hause ist nicht der ort an dem man lebt sondern wo du am meisten gebraucht wirst ein spiel mit katze sollte schillig sein ja ich weiß nicht jetzt können auch stressig sein 5 juni ja oder sowohl welchen katzen fragt hier ach du scheiße ich kann ein wenig mich umkippen ich bin ja ja kurz vor ableben holen wir uns also noch mal ein kätzchen das ist doch schön und wir haben ja letztens gelernt dass katzen wenn man alleine einsam stirbt katzen die ersten sind die einen die schon wenige stunden nach deinem tod anfangen an die rumzuklären was muss ich erstmal gucken was ist ex das ist ex wir hatten so eine wir hatten auch mal eine katze und wir hatten so eine die hieß gizmo weiß keiner wodurch inspiriert aber unsere katze hieß gizmo darum nehme ich die jetzt einfach weil wir so eine hatten das war die faulste katze der welt die wir hätten sie eher gar viel nennen sollen wir hatten nichts gemacht ihr lag nur rum ich habe sie damals meiner freundin zu weihnachten geschenkt am ersten weihnachtstag dann haben wir sie gesucht war weg die saßen mitten im weihnachtsbaum aber so noch so klein ihr habt auch eine katze mit dem namen ist moch ja ist doch ich nehme jetzt voll das bockige mist wie der unsere war total trottelig baul ich fühl ich sagte ich fühl mich nicht so gut ich fühl mich nicht so gut würd ihr like to sit down wir uns nicht rush into anything nein nur 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 mir eine Minute Adopting a pet solo ist eine große Aufgabe wir werden nicht spielen Fetch ich kann eine Katze ich kann eine Katze ich kann aber gut schreiben sehr korrekt alles mit dem bleistift da ich habe ein paar nicht ach grondik hast du schon geändert warst du schon so fleißig oh machen wir das doch so ne Unterschrift oh jetzt kommt der bleistift so dann wissen auf youtube auch alle Bescheid ok well she's all yours she's found her new family she has she has vielleicht noch 2-3 stunden dann lege ich da hallo Katze wie klein bin ich wie klein ist die Oma wie klein ist die Oma ich bin ein firm believer in zu wissen sie 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 ich sie 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 wie sie auf die ihre im Hallo? Dawn sagt doch ja nix. Das ist mein Haus, und jetzt ist es dein, auch. Na dann, fangen wir mal an die Kabel anzuknabbern und in jede Ecke zu pissen. Hätte mir auch ein fräscheres Frauchen gewünscht. Unsere Katzen sind Zerstörer, haben zwei Fernseher zerstört, okay. Ähm, ich muss mich erstmal an die Tasten hier gewöhnen. Aber dein Blick ist ein bisschen irre, Oma. Okay. Kratzen oder beißen? Au! 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 Don't get your knickers in a knot! Oh, da ist ne... Hirn. Glas mit Hirn. Die liegt auch bald bei unserem Tisch, ne, in Morteur Assistant. Was? 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 Ich kann einfach nur geradeaus gehen. Schöne Tapeten. Hier passt aber auch nix zusammen. Lauf! Ich kann einfach nur den Weg folgen, Oma, ja. Ich kann gar nix machen. Geh nochmal ins Telefonfrau. Ich komme! Ich kuschel nicht. Du träumst? Ich kuschel nicht. Ich kuschel nicht. Ich kuschel nicht. Ich kuschel nicht. Ach, mir passiert noch nichts. Doch. Ich kann mich noch nicht bewegen groß. Demo ist fast um. Und ich konnte nix machen. Geh weg. Ich schlafe. Geh weg. Come on. You can trust me. Got our grumpy pants on today? Okay. I'm just going to the pharmacy. Don't get into too much trouble while I'm gone. Okay, Dawn? Wir drehen die Bude jetzt auf Kopf. Nenn mich wie du willst, meine Dame. Ich werde ihn mir nicht merken. Hauptsache du versorgst mich. Oh, wir können uns endlich bewegen. Oh Gott. Was können wir denn sonst machen? Ich kann mich bewegen. Was ist das? Was ist das? Ja, stimmt. Geht komisch, ja. Ah, Spreng. Oh. 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 Ui. Komm, das kriegen wir da. Nein, ich. Die Vase da, die stört mich. Das ist ja ganz komisch. Alter. Das ist doch eben geschafft. Kannst du das hier irgendwie rummachen? Ah. 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 Wo ist die Vase hin? Oh, da. Oh, die ist gar nicht kaputt gegangen. Oh. Oh, ich muss das hier invertieren. Da komme ich gerade nicht mit klar. Moment. Ähm. Einstellungen. Steuerung. Ähm. Welche ist das jetzt? Ist das die? Äh. Ach du Scheiße. Hallo Rembrandt. Ui. Äh. Äh. Wir machen was. Okay. Sind Katzenfarbenblend? Naja. Okay. Oh. So geht's. Oh. Ja. Oh. Oh. laubhaft. Hihi. Das sieht lecker aus. Hier ist's. Und? Wum. Ich habe den Fernseher angelassen. Uh, was haben wir denn da? Ein scharfes Programm. Komm nach Hause, Cousine. Warte auf mich. Was sind das für bescheuerte Texte? Oh, das sieht aber auch gut aus. Guck mal, der hat ein Hühnchen hier liegen. Na, was war noch mal springen? Ähm... Das war springen. Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Hier kommst du doch nicht hoch. Da ist doch ein Hühnerbein. Lass uns bei dem Brot. Die Vase stört mich. So, bricht mal die Vase. So. Die gehen aber alle nicht kaputt. Kerzenständer. Da. Weg damit. So. Uh, die Kerzen sitzen fest. Alles runter. So geht das. So ein Katzenleben hier aber auch. Das ist wieder neues. Da ist es wieder. Neues Haus. Neue Regeln. Neue Leute. Aha. Warte, ich soll das jetzt voll machen mit Lebensmitteln? Ja, ich... Dann das Hühnchenfleisch. Da kann ich auch schneller laufen. Renn mal. Renn. Kannst du nicht rennen? Oh, wir können auch nach oben. Was ist das für ein Licht? Warum komme ich denn nicht da hoch? Guck mal hier. So würde ich auch gucken. Im Hintergrund noch der Gepa. Yummy. Oh, das Stütchen müssen wir aber auch noch mitnehmen da, ne? Boah, muss jetzt für jedes Teil latschen. Und wieso läuft die nicht schneller? Die hat aber ein dreckiges Haus, die Oma, ne? Da ist unordentlich alles hier. Ja. Komm, wir nehmen das Stütchen da noch. Nimmst du das nicht? Das willst du nicht? Also Treppe hoch. Telefon. Sehr geräumig. Hier. Das ist hier. Ach so, da kann man es wahrscheinlich. Moment, was ist das da? Vermisst. Vermisste Katze. Drei Jahre alte Katze. Sehr freundlich zu Menschen. Sehr geliebt. Bitte rufen Sie, Olive, für weitere Informationen an. Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ist auch wirklich großzügig hier. Oh, da liegt auch ein dreckiges Haus. Äh. Äh. Was haben wir jetzt? Was ist das? Eine Möhre? Du nimmst lieber die Möhre als das Stütchen da unten. Also ich hätte das Stütchen lieber genommen. Da gehe ich jetzt hin. Also die Texte sind ja echt Banane, ne? Mein Cousin. Da gehe ich jetzt hin. Was haben wir da? Sie kann ziemlich gut mit den Bürsten umgehen. What the fuck? Seltsamer Katzenbaum. Ha 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 ha. Okay. Wer schreit denn da eigentlich im Hintergrund? Wie. So. Auftrag erfüllt. Wie. 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 Es gibt viel zu essen. Keine Hunde. Dieser Ort ist gar nicht so schlecht. Sicherer Ort. Ach ja. Und jetzt? Äh. Haben wir jetzt gerade ins Polo geguckt von der Katze? Ja. Es ist Zeit zu gehen. Ist es das? Moment. Das müssen wir doch nochmal gucken. So. Sicherer Ort. Eine Aufnahme mit Poloch. Und? He he he. Ja. Haben wir mal richtig schön tief reingeguckt. Was? Laufen. Laufen. Links. Kannst du auch rennen. Was war das? Da. Ah. Da ist es. Okay. Ist aber rechts. Oh. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Das interessiert die Katze auch gar nicht. Ich will nur wissen, ob du futterst. Ich glaube nicht, dass das von der Öffler gesagt hat. Ich bin nicht eine schreckliche Person. Komm her, Babygirl. Das ist richtig. Beide. Beide jetzt. Ach ja. Irgendwie rutsche ich immer tiefer, ne? Ach so. Finger beißen. Zurück gehen. Ach komm, wir können ja nicht immer beißen. Super. Habe ich mir immer schon gewünscht. Glock mit Federn dran. Geil. Was? Jetzt habe ich alles gesehen. Ist jetzt nicht so, dass mich das heavy macht. Könnte ich auch was anderes machen? Mann, ich will nicht. Willst du weitergehen? Okay, honey. Ähm. Ich hätte da... What? Most of the time. Ich will nicht mehr weiterspielen. Okay. Just a while longer. Cut-like reflexes may be a bit of a stretch for you. No judgment here, Dawn. Fish can be slippery little buggers. Ich war das nicht. Oh, und by the way, es wäre wirklich nett, wenn du zuhörst, mich auf meine Dinge zuhörst. Das ist nicht sehr poli. Okay. 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 Neunter, Zehnter, Elf der Junge. Die Sonne geht auf. Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt. Ich will nicht verurteilen, aber das ist total billiges Zeug. Ja. Bald. Ich muss nur noch die Gegend erkunden. Die Bilder werden auch nicht schöner. Oh, da ist ein Geschenk. Was ist das denn? Ich war mal ein Geschenk. Bis die Kinder nicht mit mir spielen wollten. Wow, das Bild sieht genauso aus wie ich. Kann ich das? Ne. Kann ich so nicht hauen? Ne, so kann ich nicht hauen. Wie läuft hier den ganzen Tag Katzenprogramm? Was? B? Muss ich das irgendwie wechseln? Hallo? Achso, ich muss das. Achso, ich soll das. Ja, super. Wunderbar. Schöne Ledergarni. Deswegen habe ich keine Katzen. Überhaupt keine Haustiere. Don, was machst du? Release. Und wieder. Release. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Das fühlt sich so gut. Get off the couch. Keep going. Ein bisschen näher zu Griechen. Ich bin nur ein Ersatz. Ich weiß, dass du nicht sie bist. Aber können wir prüfen? Auswechselbar. Austauschbar. Und die hat auch nur die Klamotten. Ich habe etwas für dich. Aber diese Klamotten bedeutet, wenn wir noch einmal separiert werden, werden wir uns immer wieder zurückfinden. Was? Die Farbe? Achso, ich kenne die Farbe. Das ist ja nicht so viel, ne? Die Glocke. Ob ihr Stern passt zu Dark Wilde. Ich übernehme langsam den Irrenblick von der Oma. Ich bin kein Haustier. Ich bin kein Freier. Ach ja. Schon tübsch aus. Fühlt sich das wie ein Zuhause an? Nein, das ist nicht mein Zuhause. Ich gehöre nicht hierher. Die Menschen gaukeln dir vor. Du wärst etwas Besonderes. Nun weisen sie dich zurück. Wenn du in die Kitsche willst, dann mach mich in die Kitsche. Okay. Mhhh. 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 Wiiiiiii. Und auch. Warte mal X. X war das. Wupp. Okay. X. Achso. Wir können nur aus der Ego Perspektive schauen. Schauen. Grüner Großer Garten. Hey? Da-dum, 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 da-dum. Wildcats use their tail for balance when making sharp turns in pursuit of prey. Even if the prey happens to be a beach ball. Okay. Halt noch hoch. Halt noch hoch. Okay. Hier kann man ein bisschen Braindead spielen mit dem Rasenmäher. Ich habe Legenden über diese Monster gehört. Okay. Ist ein bisschen schwerfällig bisher das Game. Also so, ich weiß doch nicht so recht. Sieht irgendwie ganz nett aus. Unheilig. Aber so ganz bin ich nicht drin. Warum benutzen die Menschen nicht einfach ihre Pfoten? Halt noch in diese Woche. Ist noch mehr easy? Ich sehe mich noch mehr easy. Dann, 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 dann. ich habe alles gesehen kann ich wieder rein das voll grün hier draußen schau was also soll ich gehen also soll ich einfach rausgehen okay dann gehen wir einfach mal raus wenn ich wollte ich bleibe es so schnell gebe ich meine fluchtpläne auf wegen dem schmetterling was soll ich machen ich habe mal wieder nicht gelesen was er gesagt hat wild cats are renowned for their agility they can leap six meters horizontal and up to three meters vertical y was soll ich damit machen soll die foto da rein so far you've been a little sloppy with your hunting da dorn you're an adult cat hunting should be easy for you now if you want to escape you need to practice das ist ein bisschen grounded jetzt die dschungelmusik dazu wie nix mit flügel ausreißen und so kopf abbeißen wo sind da die splatter effekte im spiel vielleicht sollte ich noch ein paar tage bleiben um zu überleben dann machen wir das doch kriegen ja auch hier kostenlos futter hallo die wildcat ist exaustet after her long and arduous journey she returns empty handed so und bei euch so was zockt ihr gerade spielst du noch payword grondick ich habe es erstmal eingestellt da kommen in letzter Zeit so viele updates und ich wollte es eigentlich mit tochter zusammenspielen irgendwie habe ich das gefühl alle zwei tage gibt es ein update ich werde mehr Zeit damit verbringen mich auf die wildnis vorzubereiten das kenne ich so sage ich das auch mal mit dem sport ne tage Zeit gerade nicht habe aber nicht mehr viel bald durch habe auch echt ne ich wollte warten weil da wir haben dort auch sehr unfertig da kommt so viel dazu dann will man es irgendwie nicht nochmal durchspielen das habe ich bei anderen spielen auch im Moment das Problem weil die alle im early access sind dann hat man die fast durch oder auch schon durch und hat eigentlich keine Lust nochmal zu spielen obwohl es so viele coole updates gab warum soll ich warum muss ich das machen die Masägeter hat getrommelt ist furchtbar ne guter Wein guter Wein du bist tot die guckt echt nur Katzen pro Raum guck mal wie kaputt die Couch schon ist ne ne waren nur Lichtflecken ich hatte doch kein blaues Salzband genommen oder wieso hat die jetzt ein blaues Salzband auch so halten vielleicht ist dieser Ort ganz gut volles Katzenprogramm an diesem Ort vielleicht muss ich noch nicht weg gehen vielleicht vielleicht aber nippelt die alte neben mir noch ab das ist kein Problem dann schon wieder rutschig ganz nach unten oh wir träumen wir in der Savanna Sinnbar was war denn A A ist unten ne ich sollte vielleicht öfter mal da mitspielen wo ist der Haare wo ist der Haare warum löst er sich einfach auf oh ich werd wach auch sorry for worrying worry that's my job mom Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Big cats prefer to keep to themselves, emerging to hunt late in the afternoon or at night. Time to catch a juicy, succulent rabbit. Doesn't it feel great, Dawn? You're free! You're free! Are you listening to me? Oh, wir können schwimmen. Katze im Wasser. Well done, Dawn. This is exactly what we need to prepare you for the wild. You're an apex predator now. Oh, ich sehe aus wie Kingo. Toll, und jetzt? Ooh, fall, fall. Yes, my baby's back. I thought she ran away. She did. But I found her at the shelter. Why didn't you just leave her there? The animal shelter could look after her. Big cats are solitary. Oh, der ist so fett. Der ist so fett davon, oder? Der sieht lecker aus. She's a cat. How do you expect to take care of her? You can hardly take care of yourself. She's my family. I'm your family, Mom. You don't act like it. Oh, is she. Ich will den dicken leckern. Ist er. Wo ist er? Das wird's doch. Ich. Wo? Da. Jetzt sogar schon die Löffel da rein. Der wird immer größer. Oder wir werden immer kleiner. Let me ask you a question, Dawn. If you're such a wild cat, why are you sticking around? Was war das für ein Knall? Hab ich das nur geträumt? Hallo, is hier wer? Was ist das für ein Geräusch? Noch nicht ganz. Oh, go away, Dawn. Don't look at me. Ich warte, bis du tot bist und dann esse ich dich. So machen Katzen das. Ist bewiesen. Copycat. Was? Das war's. Vielen Dank, dass ihr die Copycat-Demo gespielt habt. Wir sind ein kleines Team von drei Leuten und dies ist unser allererstes Spiel. Überhaupt. Wenn euch Copycat gefallen hat, schreibt es bitte auf die Wunschliste auf Steam. Es macht einen großen Unterschied. Großes Lächeln. Samantha, Kostia und Dan. Jo, das war Copycat. Und von daher schon mal ein Tschüss an die Lieben auf YouTube. Wir machen jetzt hier weiter auf Twitch. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, das Spiel. Ja. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, das Spiel.